Hallo, mein Name ist Sonja Dietl und ich bin Kundenservice-Mitarbeiterin der Bestattung Wien. Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was eine Beerdigung kostet? Der Richtwert für eine Beisetzung im bestehenden Familiengrad beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Aber eigentlich ist der Abschied so individuell wie der Mensch selbst. Hat sich ihr lieber Verstorbener eine große Trauerfeuer gewünscht? Oder wollte er oder sie eine stille Beisetzung im engsten Familienkreis? Soll live musiziert werden? Oder sollen viele Blumen arrangiert werden? Gerne können Sie mit unserem Online-Planer auf unserer Homepage ein Angebot konfigurieren. Oder Sie kommen in eine unserer Kundenservice-Stellen und besprechen vor Ort mit unseren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihre Vorstellungen und Wünsche. Wir, die Bestattung Wien, schauen auch keinen Vergleich mit anderen Bestattungsunternehmen. Als Teil der Stadt Wien steht Service und Seriosität für uns im Vordergrund. Und wir verrechnen nur von Ihnen beauftragte Leistungen. Und die damit verbundenen Kosten werden von uns offen und transparent dargelegt. Das Wichtigste für uns ist, dass wir Ihnen den Abschied ermöglichen, den Sie sich wünschen. Wir unterstützen Sie bei der Planung, bei der Organisation und bei der Umsetzung. Und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Das Wichtigste für uns ist, dass wir uns bewusst sind.